Das Spiel in Verl. Wir haben das große Glück, dass Verl immer die Mannschaft spielt, die wir eine Woche später haben. Das heißt, wir haben diese Saison Verl oft gesehen. Das ist eine ganz eingespielte, mittlerweile auch sehr erfahrene Regionalliga-Mannschaft, die unbequem zu spielen ist, die überall Stärken hat in allen Mannschaftszahlen. Sie haben noch nicht den Rhythmus in der Saison, was auch die Ergebnisse belegen. Sie gewinnen in Schalke 4 zu 1, haben dann aber schwächere Ergebnisse drin. Wir rechnen uns was aus, müssen allerdings auch wieder eine Top-Leistung bringen, wie gegen Kray, um die nächsten Punkte zu holen.